Lasst euch nicht verarschen, wirklich nicht Leute, denn es gibt immer wieder, ja sag ich mal Influencer, die sagen, hey hier die Kryptowährung kostet nur 0,000000 und weiß ich nicht wie viel Cent, aber ihr habt hier die super Chance nochmal richtig reich zu werden. Habt euch mal überlegt, wie viel Coins es denn tatsächlich gibt. Entscheidend ist nicht der Preis einer Kryptowährung, entscheidend ist die Marktkapitalisierung. Die gesamte Marktkapitalisierung, die sich ergibt aus der Summe der Coins mal den entsprechenden Preis. Wenn ihr mal bei CoinGecko drauf schaut, dann könnt ihr das Ganze super verfolgen, denn steht das Marktkapitalisierung immer auf der rechten Seite und daran orientiert sich die Bewertung eines Kryptoassets. Nicht daran, wie günstig es ist und Leute, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ihr dann mal ausrechnet, ob Ripple jemals 10 oder 20 Dollar erreichen wird, ist ein bisschen viel Geld. Macht euch selber ein Bild und lasst euch nicht verarschen.